Erfolg im Job solltest du nicht dem Zufall überlassen, sondern deine beruflichen Ziele stattdessen aktiv in die Hand nehmen. Seit einigen Jahren wird daher in Sachen Karriereplanung immer öfter von Personal Branding gesprochen. Sicher hast du schon mal etwas von dem Begriff gehört. Doch wie hilft dir eine Personal Brand bei deiner gezielten Karriereplanung? Beim Personal Branding geht es insbesondere darum, dich mit all deinen Talenten, Erfahrungen und Fähigkeiten als Marke zu betrachten. Um dir eine Personal Brand zu erschaffen, ist es also wichtig, deine Stärken zu kennen. Nur so kannst du im beruflichen Umfeld Sichtbarkeit für dein Know-how und deine Talente schaffen. Dabei hat Personal Branding nichts mit Arroganz zu tun. Ganz im Gegenteil, die eigene Positionierung ist im beruflichen Umfeld eher förderlich. Denn je mehr du im Job für Vorgesetzte, Führungskräfte und KundInnen sichtbar bist, umso eher wirst du befördert und bist beruflich erfolgreich. Außerdem kannst du dir ein Netzwerk aufbauen, bei dem du dich mit Gleichgesinnten aus deiner Branche mit Know-how unterstützen kannst.